Wir machen unser Leadership Forum, weil wir brauchen in der Gesellschaft eben diese Diskussion über Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wir müssen verstehen und zwar im tiefen Inneren verstehen, was da eigentlich passiert und welche Potenziale wir in der Tat eben dort auch haben. Und die sind tatsächlich gewaltig. Digitale Transformation aus Sicht eines Startups bedeutet, analoge Systeme gegen digitale Systeme erstmal zu tauschen und dadurch überhaupt Daten zu generieren und mit den Daten dann arbeiten zu können. Digitalisierung bietet ja die Gelegenheit der Dematerialisierung, das heißt, dass wir mit Ressourcen viel effizienter umgehen, dass wir noch mehr Transparenz schaffen über Wissen und über Expertisee und dass wir auch immer noch daran arbeiten, die Menschen weltweit zu vernetzen für eine lebenswerte Welt. Gerade wenn wir Price Tax an CO2-Zertifikate handeln, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil man überlege sich, dass man kann Werte generieren, indem man Dinge nicht tut. Eine Veranstaltung wie das Leadership Forum hier ist so wertvoll, weil es Praktiker mit Wissenschaftlern zusammenbringt und den Transfer zwischen Wissenschaft und Unternehmern unterstützt und das ist sehr wertvoll. Und eben auch Netzwerke und richtig coole Leute kennenlernen, mit denen man dann auch wieder anpacken kann. Digitale Zukunft bedeutet, dass wir sowohl im unternehmerischen Kontext als auch im persönlichen Kontext einfach durch Technologie unterstützt werden. Dass unseren Alltag auch erleichtert, dass wir nicht viele repetitive Aufgaben erledigen müssen, aber auch, dass wir zum Beispiel über so Medical Devices einen Einblick in unsere Gesundheit kriegen. Dass alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird. Dass alle analogen Prozesse, die keinen Mehrwert haben, wenn es ein Mensch zu Mensch macht, dass die sauber, effizient, digitalisiert ablaufen. Die größten Chancen der Digitalisierung sind für mich, die Flexibilität der Menschen zu erhöhen durch die Unterstützung der Technologie und zum anderen die Nachhaltigkeit in allen Aspekten auf ein neues Level zu bringen. Digitale Zukunft ist für mich ein lebenswertes Leben. Dass wir dieses Wissen zur digitalen Transformation auch eben verfügbar machen, schreiben wir Publikationen, die auch dann abrufbar sind. Diese Bücher können bezogen werden und bereiten einen eben vor, mit diesen Themen umzugehen. Es fühlt sich sehr gut an, bereits im Studium an so einem Buchprojekt teilzunehmen. Mit so einem hochkarätigen Experten-Team zusammenzuarbeiten, ist nicht selbstverständlich. Und den Unternehmen die Digitalisierung so näher zu bringen und greifbar zu machen, ist das schon was Besonderes. Es ist schon was Einzigartiges. Ich glaube, nicht viele haben die Möglichkeit, schon während dem Bachelor- und Masterstudium an einem Buchprojekt mitzuarbeiten. Und auch hier, Präzision versus Experimentieren. Auch hier gilt es nicht, das ist kein Entweder-Oder, sondern Sowohl-als-Auch. Erfolgreiche Unternehmen arbeiten in zwei Dimensionen. Sie machen ihr etabliertes Geschäft kontinuierlich besser und das nennt man Exploitation. Und man macht die neuen Dinge explorativ, man macht Experimente. Und eines der Geflügelten, also wenn man sagt, man will in neue Bereiche, in neue Geschäfte gehen, dann muss man ausprobieren. Man muss Experimente machen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020